Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines dritten Festival Cellos. Ich möchte Ihnen gerne kurz erklären, warum ich das ganze überhaupt Festival Cello nenne. Zum einen natürlich wegen der Tatsache, dass ich immer Musik für Cello-Solo spiele. Zum anderen aber auch ist dieses Cello, eigentlich ein Anhängsel, eine Verkleinerungsform. Der Name des Instruments komplett heißt ja Violoncello und besagt eigentlich, dass es sich um eine kleine Violone handelt. Dass man Cello sagt nur, ist eigentlich auch nur im Deutschen und Englischen üblich. Im Italienischen und französischen sagt man eigentlich immer den ganzen Namen Violoncello oder Violoncelle. Nun aber die Fantasie Nummer 9 in E-Mod. Ja. 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 Amen. 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 Amen.